Wer startet, er startet. Und du. Nein, du startet. Loha. Nein. Haya. Wir spielen Haya oder Loha. Wir sehen eine Karte, zum Beispiel mit 85 Rating. Die nächste Karte ist Haya oder Loha. Erst du, dann du. Wir beginnen mit dem ersten Spieler, Diogo Jota. Versus in Kunku. Haya oder Loha? Kunku ist Haya. Haya? Ja, das ist richtig. Haya. Son? Haya? Ja. Haya? Ja, das ist richtig. Marcus Rashford? Loha. Das ist richtig. Memphis Depay? Loha. Loha? Ja, richtig. Jorginho? Loha. Ja. Martinez, der Keeper? Haya. Ja. Das ist die Hero-Karte von Reis oder Riese. Haya. Ja. Oedegaard? Das ist ein schwerer. Haya. Haya. Ja, 87. Bruno Fernandes? Haya. Haya. Ruben Diaz? Haya. Ja. Versus Alisson? Haya. Er, 89. Van der Saar? Keeper versus Keeper? Haya. Haya. Loha. Oh! Okay, der erste Punkt für ihn. Haya. 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 2-0 für dich? Okay. Das ist vielleicht der letzte Runde, wenn du gewinnen. 3-0. Okay. Du startest erst. Ferdinand versus Seedorf. Seedorf ist höher. Haya. Neymar? Haya. 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 Wir spielen für Funder der nächsten Runde. Okay, Rund 4. Er hat bereits gewonnen, 3-0. Und du kannst jetzt starten. Adeyemi vs. Mokoko. Mokoko ist ein Lauer. Ja. Reiner vs. Mokoko. Oh, ihr lacht. Ich lacht. Ich würde sagen, höher. Ja, 78. Definitiv höher. Das ist höher. Ja. Das ist höher. Das ist höher. Das ist höher. Das ist höher. Der nächste Runde. Ist er in? Was ist dein Rating? Ich weiß nicht, wie ich mich ragt. Okay, der letzte Runde. Also 4-0. 5-0. Ja, aber das ist nicht fair. Wir haben nur gewonnen. Nein, ich weiß. Ich weiß. Er kennt alle Karten. Okay, Reus vs. Grimaldo. Wer startet? Du. Du startest. Du startest. Du hast gewonnen. Komm schon. Okay, okay. Gimondo ist höher. 84. Das ist der erste Punkt. GGs. Das war's, Leute, vom Video. 4-1 ist das Ganze am Ende ausgegangen. 4-1 war der Score. Aber GG, Bro. Und ja. Das ist es vom Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao. Wir sehen uns beim Thema. Tschüss. Wir sehen uns beim Thema.